Willkommen zurück oder herzlich willkommen zu Dead Realm zusammen mit acht Leuten heute. Diesmal bei Botz als Monster, McFight, Tauto, Liquid, Shigo, McManus und Vex. Hallo. Hi Leute. Okay, was muss man hier machen? Wir müssen Uhren finden, wie Leuchtenblau. Oh mein Gott. Du Pisser, ey. Er ist schon hier, Leute. Oh Gott, 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 Gott. Ich hau auf mich, hau ab. Ich bin... Ah nein, er frisst, du überzeugt das. Du bist ein komplett verarscht. Der hat den Manus gesnickt. Hallo. Oh, fuck. Ein Bull. Äh, was? Oh, ist das krass. Alter, ich hab erst mal direkt in die Hose geschissen, ey. Die ganze Neuen direkt hier, ey. Mann, das ist irgendwie komisch. Der hat einfach alle weggesnackt am Anfang. Bist du mich verarscht? Ich weiß noch nichts, weißt du? Der sagt grad, quack, quack, macht den ersten Schacht auf und wird direkt verschluckt hier, ey. Alter. Hättest du eben selbst nicht bleiben können, wenn du Hallo sagen willst. Hä, bin ich tot? Wenn du gefressen wurdest, bist du tot. Oh, Mann. Ja, ich mach dir da. Du bist auch tot. Oh Gott. Hey, wer rettet hier? Maxi. Ja, ich hab noch mit dem die Tür zugemacht. Lau. Junge, Lau. Schick, du bist weg. Wo ist Maxi? Chico, weiter. Wir müssen suchen. Nein! Für mich wär das nicht. Jetzt hab ich die Spur verlieren, Maxi. Wir haben 5 von 10, ey. Das ist gar nicht so gut. Leute, die muss noch leben oder was? 5 von 10 ist gut, ja. Was macht man als Geist? Äh, du kannst Türen au... Nein, nicht ihm helfen, den Überlebenden helfen. Du kannst Türen auf und zu machen und sowas. Maxi wurde grad von ihm verfolgt und ich hab Kranz noch mal vor der Nase die Tür zugeknallt. Das war aber nicht. Ja, ich weiß grad, wo ist er denn her? Ich fand das schon ziemlich klein. Kranz, boi. War nicht nett, mich direkt wegzusnacken, ey. Wir haben noch gar nichts gemacht. Wie sollt ihr, Alter? Wäre natürlich eigentlich, wenn TauTau als nächstes stirbt. Was? Ich seh... Lass sie nicht in Ehre führen. Er ist bei mir in der Mitte, im großen Hauptraum. Sammelt Uhren, Leute. Darf man den Leuten eingesteitern verraten, wo du bist? Er ist im großen Hauptraum, Leute. Er ist runtergesprungen. Lauf! Lauf! Bleib stehen! Lauf! Renn! Oh Gott. Wie cool das ausschaut. Ich kann den einen hier nicht fangen. Oh. Oder Falle. Los, lauf! Geh da rein! Das war voll die Falle. Achso. Ich dachte, er hat sich nicht gesehen, ey. Wer immer da noch war, du bist safe. What the fuck? Es war Chigo. Es war Chigo. Ich hab die Tee auf Isch so gemacht, damit das nicht sieht. Das Beste bewahre ich mir zum Schluss. Oh, danke schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warst du das zufällig? Das ist so eine Ward sozusagen. Ich konnte ihn nicht schnabulieren. Noch drei Uhren. Nein, verdammt bist du durchgekommen. Huch. Was war das? Kakalake? Ah, da ist hinter was hinter mir. Oh, scheiße. Ja, der ist direkt hinter dir. Alter, du zieht voll Kruppeln auf den Mäusch. Nein. Ich seh den Ball nicht. Ich seh den Ball nicht. Ja, du musst ja durchs Handy gucken. Ne, aber ich bin ja Cho To. Wie guckst du durchs Handy? Das ist auch immer drauf an. Dürfen wir dann eigentlich den Überlebenden noch sagen, wo er ist gerade? Das sieht richtig bergwürdig aus, wenn irgendwer schleicht. Kann man glaube ich machen, weil es ist gar nicht so einmal zu gewinnen. Ihr könnt glaube ich auch als Geist Uhren einsammeln, ihr seht die nur nicht. Also die leuchten nicht bei euch. Aber wenn ihr sie gefunden habt könnt ihr. Ok, dann versuchen wir mal. Ich würde das nur gerne testen. Das hat einer in die Kommentare geschrieben, aber ich habe halt keinen hundertprozentigen Beweis. Deswegen, ich würde gerne mal wissen, wo eine ist. Die machen wahrscheinlich auch keinen Lärm, ne? Für uns nicht, nein. Was die machen? Die haben nochmal was suchen da? Der Kranz ist von direkt bei mir. Oh Gott, krass. Ich habe eine Uhr gefunden. Ich kann sie nicht aufheben, aber ich weiß wo sie ist. Ah, schade. Aufheben geht nicht. Kranz, geh nochmal zurück. Shigo, auf der anderen Seite vom Tisch. Ah, da weiß ich nicht. Hier? Ja genau, auf der anderen Seite rüber. Über den Tisch. Der weiß wo sie ist. Nein. Da unten liegt sie unter dem letzten Stuhl. Weil da lag eine Uhr. Ah. Er kommt! Ich höre Schritte! Ich auch. Ich höre fest. Da oben sind sie. Ah, ist jetzt Shigo? Jetzt verrat doch, dass sie sich vorgerennt. Was denn? Toto hat das doch... Lauf weiter Shigo! Lauf nicht weiter Shigo! Shigo, das ist eine Wanne, das siehst du doch. Ja, lauf drüber! Ja, lauf drüber! Lauf, 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 lauf! Weiter, 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 weiter! Shigo, ich bin hinter der Tür. Gott, wo ist sie denn? Ich mache ihm die Tür vor der Nase zu. Ich habe immer wieder die Tür zugemacht. Ja, schau auf! Schau auf! Shigo rüppelt hier voll rum. Hallo! Oh Gott! Ah! Ah! Hammerhot, ey! Boster Rules, ey! Junge, das war unfair! Wie interagieren wir als Monster? Ich war noch ganz ready. Ja, es geht jetzt hier. So, wir haben jetzt mehr Zeit. Weil jetzt wissen wir ja, dass es eh nur einen Monster gibt. Da können wir ja auch in einem Channel bleiben. Wie gut! Weil wir haben 30 Sekunden Zeit. Das heißt, Axi ist eh fertig. Warum sieht das so komisch aus? Also die Leute beim Laufen so anzukriegen. Gegen Laufanimation ist nicht so lust, aber... Jeder zappelt sich da so einen Appel. Ich glaube, wir haben alle gebrochene Beine. Ja, so sieht es aus. Achtung, er kommt in 7 Sekunden. Sucht euch die Uhren! 5, 4, 3, 2, 1... Ich glaube, wenn du geducht bist, kann er dich nicht aufspüren. War gut. Das stimmt. Wenn du rennst, zieht dich durch die Wand. Genau, wenn du sprintest, zieht dich nicht. Ich hab eine. Ich hab eine Uhr. Ich hab auch eine Uhr. Ich nicht. Was siehst du, wenn du durchs Handy schaust? Den Geist. Ich hab ein Handy. Was machst du da? Warum krabbelst du im Schacht? Er ist hinter mir. Was machst du da? Papa, bleib stehen! Oh! Geil. Das ist creepy, ne? Eine Uhr ist unten in dem Hauptraum. Lauf, Manus! Er ist hinter uns. Nein, er ist hinter mir. Lauf, Manus! Wo? Nein, wo? Er war bei uns! Ja, ich seh dich doch gar nicht. Du musst durchs Handy gucken. Du musst durchs Handy gucken. Ja, aber du bist ja gar nicht bei mir, Kranz. Ich bin doch abgehauen. Ich lese gerade, dass wir eine Eule finden sollen. Hallo! Lauf, Manus! Oh Gott, er ist wirklich hinter mir! Manus! Ja, du bist ja gar nicht bei mir! Nein, Manus ist bei mir. Ja, ich bin bei Liquid. David! Mach du mal keinen Stress hier, da seh ich was Manus heißt. Ja, ey, dann schreit er mich hier an! Leute, ich hab zwei Uhren jetzt ge- Manus, ich war neben dir. Ich bin gerade weg von euch. Bleib stehen! Ich krieg die Leute einfach nicht. Was? Ich glaub so langsam. Das scheiß Baby! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Au! Das bist du! Das bist du! Einer wurde gefressen! Ich bin jetzt tot, Manus! Jetzt hau ab da! Junge, du warst ja gar nicht bei uns! Ich war bei euch! Ich bin abgehauen, weil er da war! Leute, seid ihr gut unterwegs! Sammelt Uhren! Okay! Tautor, lauf! 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 Er sieht dich! Lauf! Ah! Ich hab noch eine! Ich hab jetzt schon vier Uhren! Gut, ich weiß, dass ich mal wo die sind. Ja, ich weiß nicht wo die sind. Die sind random. Jetzt kommt er wieder zurück zu euch, Liquid. Ah! Ja, ich bin schon komplett woanders. Noch ne Uhr! Oh Gott! Leute, wir sind unterwegs! Wenn die random sind, hast du grad ziemlich Glück, wenn die alle so direkt nacheinander kommen. Ja, ne, ich muss einfach ein bisschen dich durchs Haus besiegen. Oh, ich hab auch ne Uhr, glaub ich. Ja, ich glaub dir. Alter, ich hab so'n Schiss ey! Ja, ich hab ne Uhr! Die leuchtet hell. Wächst. Ah, okay, ja. Schlimm ist halt echt, wenn er dich packt so und du siehst ihn halt nicht. Oh nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Komm, wir brauchen noch drei Uhr! Wir sind noch vier Leute! Noch zwei Uhr, Leute! Wir hauen... No! Oh mein Gott! Ich hab'n grad noch durch die Tür gekommen. Boah, heftig. Wechsel, wir müssen weg! Wir müssen weg, wechseln! Hä, konntest du irgendwie so chargen? Weil die Tür ging grad auf und zack, wurd ich gesnackten. Ich war einfach mal zehn Meter weg. Ja, ich kann ja auch springen. Er ist gerannt. Da bin ich euch schnell gelaufen. Seht ihr ihn? Weil ich seh ihn. Lass doch mal da lang gehen, irgendwo. Leute, ich seh den Geist... Ich seh, ähm... McFly nicht, das Geist. Ja, kann sein. Ist random, wie grade schon gesagt. Wo bist du? Bin hier oben. Ach da! Hörst du die Spuren? Es kommt angetippelt! Angetippelt! Es kommt! Es kommt! Okay! Oh, da ist... Was ist das denn? Das war ich nur! Oh, oh, oh! Oh, oh! Das war schlecht, glaube ich. Wie sie hier griechen, ey! So lustig! Kannst du durch den Kamin, gell? Das weißt du. Oh, oh, oh! Leute, lauf! Wer kommt? Wer kommt? Jeder für sich! Er ist runtergesprungen! Er ist runtergesprungen! Ey, warum sagt es auf einmal so? Das ist schlecht. Weil ich ein bisschen... Es war schlecht. Kommt schon! Schigo! Wer lebt mal Schigo, oder? Schigo, streng dich an! Zwei Uhren noch, Leute, ey! Zwei Uhren! So knapp! Taps, 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 taps! Eine, das versteckt sich hier denn! Eine Uhr nur noch! Und dann müsst ihr aber noch ins Portal! Oh, scheiße! Stimmt, ja! Komm, das kann doch nicht sein! Was ist... Oh! Was ist... Oh! 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 Was haben wir denn hier angezeigt? Da hat wohl jemand eine Tools-Fee aktiviert! Ich hab gar nicht... Versteck dich! Versteck dich! Versteck dich! Hallo! Ah, jetzt sehe ich... Das ist Chigo! Oh nein! Oder Dalu! Leise! Ich guck nicht hin! Ehh... 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 ...ich bin bei dir! Das Baby... Ehh... Oh oh. Igor? Hier? Was? Ja gut, bleib da hinten in dem kleinen Raum, da so. Ist gut. Ah, hier. Hinter dir, Maxi, bin ich. Hier schaut's safe aus. Oh Gott, ey, ist das spannend. Warte, ich mach hinter dir die Tür zurück. Eine Uhr noch, Leute, ey. Eine Uhr. Ich komm nicht hinterher. Weg. Ich denk's. Ey, wo bist du da lang? Die Konzentration ist unfassbar. Alter. Komm schon eine Uhr, Leute. Ey, dieser Kronleuchter. Nein. Stand mit drauf. Hat keiner gesehen. Komm, wo ist denn die letzte Uhr? Oh oh. Ich will ja nichts sagen, aber oh oh. Die Tür. Oh fuck. Warte, ich mach auf. Oh fuck. Oh oh. Komm schon. Komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das macht einer fest. Einer war schon erschrocken. Alter. Mein Herzen. Das ist weit weg von oben, Spiegel. Freunde, das ist nicht mehr lustig. Oh Gott. Ich platziere die und plötzlich schreit die direkt los. Das ist die letzte Hoffnung wieder. Oh Gott. Komm schon, Freunde. Das schaffst du, Spiegel. Das schaffst du. Ich brauche mir noch eine fucking Uhr. Hammer. Wo seid ihr noch? Los, helft mit ne Uhr zu suchen, Leute. Ich such schon. Ich versuche kurz Shigo zu beschützen. Ich versuche grad Shigo zu finden. Ich habe sie gefunden, aber ich bin bei ihr. Such dir die Uhr. Aber ich brauche ne Uhr. Wir verstecken auch nicht viel. Du hast noch 30 Sekunden vor einem. Da ist er. Achso, sorry. Er ist da! Er ist da! Die Tür ist aufgegangen. Ne, es war ich. Ich hab das Handy. Ich weiß was kommt. Oh Gott. Zeit. 20 Sekunden. Heiße. Ich finde aber auch nix, ne? Hier ist nix. Das ist das Problem. Die Tapppupu. Nein, die Uhr sehe ich aber auch nix. Für uns sind die auch nicht mehr markiert. Ja klar, klar. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh ne, ich schaff's nicht. Danke. Die hängen auch teilweise echt an Lampen oder sowas. Die muss man davon nicht vergessen. Juhu. Juhu. Nein. Das war knapp. Das war knapp. Das war echt knapp. Das war echt knapp. So Leute. Wir sehen uns in einer anderen Map wieder. Schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.